Hallo zusammen, wir haben heute unsere Session Vorsicht E-Book, der Nachwuchs und das digitale Publizieren gehalten und haben uns gefreut, dass so viele gekommen sind. Es gab auch ein großes Interesse, die Leute haben diskutiert, haben Fragen gestellt, die uns auch nochmal darauf zurückgeworfen haben, manche Dinge doch nochmal ausführlicher zu erklären, die für uns vielleicht schon sehr selbstverständlich waren und wir hatten richtig viel Spaß, glaube ich. Wir hatten vor allem sehr viel Spaß bei der Vorbereitung, als wir diese wunderbaren Plakate erstellt haben, die wir auch noch auf allen sozialen Medien treten. Unsere Parallelkampagne zu Vorsicht Buch hieß Vorsicht E-Book und die findet ihr auf jeden Fall auf Twitter. Und wir haben die besseren Motive und die besseren Sprüche.